In diesem Video zeigen wir dir, wie du deine Mitgliedschaft bei deinem Fitnessstudio in wenigen Minuten online kündigen kannst. Bleib dran! Viele Fitnessstudios bieten aktuell keine Möglichkeit an, deinen Vertrag online zu kündigen. Daher zeigen wir dir, wie du deine Kündigung schnell und einfach mit unserer Kündigungsvorlage erledigen kannst. Den Link zur Vorlage findest du unten in der Videobeschreibung. Zuerst kannst du oben links auf Kündigung schreiben, erstellen klicken und daraufhin im oberen linken Bereich deine vollständige Anschrift eintragen. Bist du während deiner Vertragslaufzeit umgezogen, ergänze am besten den Kündigungstext mit deiner alten Adresse, damit dein Fitnessstudio deine Kündigung richtig zuordnen kann. Auf der rechten Seite muss noch die Mitgliedsnummer eingetragen werden und unten links natürlich auch noch die vollständige Anschrift von dem Empfänger, also von deinem Fitnessstudio. Nachdem du alle Angaben gemacht und kontrolliert hast, kannst du das fertige Kündigungsschreiben kostenlos als PDF und Word-Datei selbst herunterladen und selbst verschicken. Alternativ kannst du dein Kündigungsschreiben auch direkt an dein Fitnessstudio verschicken lassen. Wähle aus, wie wir deine Kündigung verschicken sollen. Wir empfehlen dir den Versand per Fax oder Einschreiben. Mit diesen Versandmethoden erhältst du den wichtigen Versandnachweis, mit dem du den Zugang der Kündigung belegen kannst. Wenn du deine Auswahl getroffen hast, klicke auf Weiter. Wähle jetzt deine bevorzugte Bezahlmethode und schließe die Bezahlung ab. Jetzt hast du deine Kündigung erfolgreich verschickt. Eine Auftragsbestätigung haben wir dir in diesem Moment bereits zugesendet. Sobald der Sendebericht bereit ist, schicken wir dir diesen ebenfalls per Mail zu. Wir hoffen, dass dir dieses Video geholfen hat und wünschen dir weiterhin viele erfolgreiche Kündigungen. Falls du andere Verträge auch so einfach unterwegs kündigen willst, lade dir unsere Kündigungen-App aus dem App Store herunter.